Intro Yo meine Verrückten und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video von mir und heute spielen wir mal wieder einen Spielmodus ja wo es letztens schon ein sehr 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 verrücktes Video zu gab und zwar Mind War und jetzt muss ich euch etwas verkünden vor ungefähr ein paar Stunden also am heutigen Tage hat der gommahd.net Server die neuen Minecraft Maps für den Mind War Spielmodus die wir jetzt auf dem YouTuber Event gespielt haben die geheimen Gommemaps die wurden released ja die geheimen Gommemaps gibt es jetzt auch für euch zum zocken ja ich wollte eigentlich noch eine zweite Folge des YouTuber Events bringen nur bin ich so dumm und habe sie leider gelöscht deswegen falls ihr den zweiten Teil noch sehen wollt andere Leute ich glaube Gommar hat auch schon mehr hochgeladen also ich wollte die Runde auf dieser Map hier eigentlich noch hochladen also das war eigentlich mein Ziel ich habe es leider nur ein bisschen verkackt so ist es halt gelaufen blöd aber nichts zu ändern und deswegen ja ja ist es halt eben so muss ich jetzt leider damit leben ich habe jetzt drei Leute gleichzeitig ausgeschaltet also schießen wir jetzt erstmal beziehungsweise wir gehen jetzt außenrum mal in die gegnerische Base und ja hier auf der Map haben wir auch schon gezockt es gibt insgesamt fünf neue Maps das habe ich in dem anderen Video gar nicht erwähnt und zwar ist das einmal Kar Kar Karitum Darstian Horglass Martima und Kampus ich finde ja die Namen der Map immer so bombastisch mega geil weil verstehe man nicht wie man die Namen so wählt die Namen aus ehrlich nice und whoopala Creeper Time wow alter so okay wir haben noch wie viel Leben hat unser Team noch 20 Herzen sehr gut okay grün ist da auf jeden Fall noch sehr sehr crazy die haben noch alle Herzen Alter da müssen wir jetzt aber mal ein bisschen feiern ein bisschen Partystimmung in deren Base reinbringen und zwar gehen wir da mal hin und lassen es mal richtig krachen Freunde so da haben wir hier wieder die verrückten Freunde der Sonne so den ersten haben wir hier direkt mal rausgehauen so und den zweiten auch nochmal nein und da kam noch der dritte von hinten egal wir haben da schön zwei Kills hingelegt das Team Gelb ist jetzt komplett draußen ist einfach ausgeschieden chillödel bye bye so okay jetzt müssen wir mal eben ganz kurz warten bis hier die neuen Kisten join quasi die neuen Kisten kommen und müssen dann gleich mal unsere anderen Freunde hier auslöschen und zwar Team Grün ist da gerade so leicht von hinten am Laufen weil also na das geht natürlich gar nicht dass Team Grün hier so oder Team Blau ist das da auch noch hinten in der Ecke gut dass die hier so mega viel sich gönnen das ist natürlich hier überhaupt nicht möglich so okay und zwar sehr gut hat er gerade seinen Bogen weggeschmissen Dankeschön so nice da haben wir uns mal eben kurz neuen Bogen gegönnt danke dafür so B machen wir mal das B und kaufen uns mal wieder zwei Creeper Pfeile und sechs goldene Äpfel so wie sieht's aus der nächste Blaue ist da in der Mitte Team Rot oh Gott wir haben nicht mehr so viel Leben da müsst ihr jetzt aufpassen Leute das ist jetzt krass wenn ihr euch da jetzt killen lasst na das wäre natürlich ziemlich dämlich würde ich mal sagen so und zwar zack 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 ui 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 holle Rika so okay bam da haben wir erstmal ein paar oh scheiße da ist er nein what the fuck wie alter der hat so eine krasse ohne Witz die grünen was sind das denn für Babos alter was ist denn bei denen schief gelaufen habt ihr es gerade gesehen er hatte ohne Spaß er hatte eine eine Dia ein ein Dia Schwert ne full aber wirklich ne full Iron Rüstung wie sollen wir denn dagegen ankommen alter die sind nur zu viert haben noch alle Team leben haben fast das Team Blau zerstört die haben sich so krass hochgelevelt die müssen wir jetzt und hier bitte Einblendung ficken okay nicht Spaß aber ehrlich ohne Witz die haben sich so krass hochgelevelt da müssen wir rauf gehen jetzt sonst wird das nichts mehr Leute das ist das ist nicht möglich alter und jetzt fängt es hier voll an zu regnen scheiß drauf wir nehmen einfach weiter auf okay gut ich bin gerade ein bisschen verrückt drauf aber ohne Witz nein nein hat er nicht gemacht hat er nicht gemacht hat er nicht gemacht Leute so verrückt war er nicht da sind sie die Verrückten oh scheiße Freunde sie kommen Vorsicht Achtung oh scheiße alter oh nein goddammit oh das Team Grün wird uns so zerficken ohne Spaß die werden uns so zerficken wie man es gerade gesehen hat die werden uns so zermürben guck mal hier ihn zermürben wir vielleicht hoffentlich noch hoffentlich das wäre natürlich mal mega hammer alter so okay vielleicht ihn auch noch zerstören hä weiß er dass ich ein YouTuber bin oder warum chillen die so hä was ist bei denen los sehen die mich nicht oder hä hä sind die komplett verrückt oder die sind verrückt ganz safe call sind die verrückt alter was ist bei denen schief was ist bei denen verrückt nochmal los sind die komplett verrückt oder was so zack da ist die Runde auch schon einfach mal voll mal gucken wir gucken einfach mal in welches Team wir hier gewürfelt werden und spielen auch mal auf Dachstar eine neue Runde ja und mal schauen ja das ist auf jeden Fall auch noch eine sehr 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 verrückte Map das ist die hier mit der verrückten Mitte und im Background wird hier gerade ein bisschen abgefeiert also nicht wundern die Party ist am Start im Background also deswegen hier sind so ein paar kleine Hintergrundgeräusche also ein ganz ganz bisschen ja so bisschen Background Sounds die müssen ja auch mal laufen so Freunde jetzt ficken wir den jetzt aber erstmal pass auf 3 5 4 3 2 1 let's do it woo Party now er klaut uns doch nicht den Kill okay gut sehr gut wir haben ihn doch noch gekriegt nice auf jeden Fall so dann wollen wir uns jetzt erstmal gönnen ach hallo da ist er wieder der verrückte hallo na alles ready so tschüss tschaui so okay wo ist mein Schwert hat er da hat er gerade mein Schwert geklaut so mal ich glaube ich spinne ey ey bleib mal ey Philipp stehen geblieben auf die Frisse so okay zack wir haben drei Dingens das heißt wir machen hier einfach direkt mal Slash B natürlich ich wollte eigentlich jetzt gerade Swaggy hochgehen aber gut hat nicht so uns geklappt ist einfach so oh okay nice da haben wir uns gerade noch fast gerettet ich habe ihn leider nicht so ganz gesehen muss man einfach mal sagen jetzt hat er natürlich leider Gottes meine ganzen geilen Sachen abgekriegt ja das sehen wir natürlich nicht ein so verrückt ist natürlich keiner deswegen gibt es jetzt erstmal was auf die Nase so dankeschön auf jeden Fall so und jetzt gibt es hier direkt noch mehr auf die Fresse so hier lass es ballern mein Freund hier zack so und hier lass es auch nochmal ein bisschen mehr knallen und hier und natürlich so bam zack so okay gut reicht also genug gespawn strapped hier beziehungsweise wir hätten jetzt noch mehr Slash B machen können also wir hätten noch mehr buyen können hier zack zack nice one oh Eisenschwert ui 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 der erste Killstreak ist ja am Start so Freunde jetzt geht es los da vorne schießen wir es jetzt erstmal ein bisschen rein so let's boom it würde ich sagen oh ballert bei dir Bruder tschüss hehehe so hallo na alles gut bei euch Freunde so okay er läuft sehr gut in meine Schüsse rein so okay ich glaube wir müssten gleich schon wieder die nächste Killstück erhalten okay jetzt laufen wir erstmal ein kleines Stück weg so okay und dann kaufen wir nochmal ein paar oh scheiße oh scheiße oh scheiße wir müssen warte mal wir haben einen Eisenhelm so zack dass das auch nicht automatisch angezogen wird das ist ja mal mega fies upala tschüdelü bum bum so okay passt auf Leute Vorsicht liebe Teammitglieder nicht dass die hier noch äh na sterben vor lauter bam oh jetzt jetzt könnte es das könnte was werden ja nice oh Gott okay sehr gut getroffen auf jeden Fall muss man ihm lassen so oh scheiße ja ja warte mal peng 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 wups jetzt ist glaube ich vorbei Ende im Gelände Auszimmerhaus das war's so zack oh shit oh Gott jetzt werde ich hier aber totgeprügelt war oder was nein die roten von vorne nein hier noch so ein roter von der Side of Life oh nein wieso habe ich ihn angegriffen er hat mich nicht gesehen ich Vogel alter ich bin so ein Vollidiot richtig gut aufpassen so ich kaufe mir erstmal ein paar Creeper Pfeile wieder ja das ist mal mein Spezialgebiet so ein bisschen den hier mit Creepern zu verarschen das muss er natürlich hart ballern oh nein oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott alter der zieht einem ja richtig hart viel so okay gut ich hoffe es hat jetzt richtig gut geknallt bei denen da drüben so ja er hat es nicht bemerkt und bumm so zack und jetzt lass es krachen so okay ich hoffe die haben einen nicht auf dem Schirm das wäre natürlich mega gut wenn die einen nicht mitkriegen würden oder dass die mitkriegen würden wenn hier ein verrückter am Start wäre ja was oh schade wow boom 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 der verrückte bringt alle um da 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 hi hi oh shit okay hallo du verrückter oh nein was der hat schon wieder so eine krasse Waffe och nö nicht schon wieder das same shit of life alter aber ja gut kann man nicht ändern ne hallo ihr verrückten upsala pass auf da hinten schießt da wieder der ganz verrückte mit der ganz verrückten Waffe so okay oh yes nice so zwei Schüsse gelandet sehr gut Achtung Achtung Attention please wir haben keine Teamleben mehr oh shit egal guck mal zack so sieht das aus und dann hauen wir hier nochmal den nächsten Tod und dann äh haben die auch gleich keine Teamleben mehr und zwar so einfach geht das ganze Freunde so zack und jetzt wird erstmal kurz einer nachab gezogen so dann hier wird jetzt Epic Combo verteilt natürlich so hi 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 tschülü oh Gott nein oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott jetzt mal eben ganz schnell hier runter oh shit oh shit so okay ganz schnell einen Essen einen goldenen Apfel essen 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 noch schneller essen Scheiße oh Gott nein oh 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 shit nein er hatte noch ein Herz so ne Schade äh so ne Schade so ne Scheiße wollte ich natürlich sagen ja schade Schokolade Leute ich hoffe euch haben diese beiden Runden Mine War gefallen wenn es euch gefallen hat lasst gerne einen Daumen hoch da und später hauen wir die Geheim-Maps auf komm mal mal gucken ob es hier ein paar Secrets gibt ich bin gespannt schreibt es gerne in die Kommentare und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder macht's gut cheerio bye bye tschüss 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 Bis zum nächsten Mal.